Die Ansage ist klar, meine lieben Freunde. Wir wollen eigentlich nur noch das Finale sehen und dann noch die DLCs machen. Und das heißt Kinzys Schlachtzug. Und deswegen treffen wir uns, ach du Scheiße, in Kinzys Lager. Okay, naja, ich würde sagen, wir rennen einfach, das geht eh schneller. Ob ich von Twitch eine Prämie kriege, weil ich Lila lobe? Schön wär's, ja. Nein, bin ja ein ganzer Saint. Apropos, ich warte auch darauf, dass mir Twitch endlich mal so ein Shirt schickt. Dann hätte ich nämlich zum Saint auch das Twitch-Shirt getragen, aber... Da ist irgendwie nichts mit Shirts. Ja, eigentlich haben die keine mehr. Working for the Syndicate was a great job. That is, until Philippe Loren died, because Kilbane was one scary psychopath. I mean, I watched him kill Kiki right in front of me. And right in front of her own sister. So I went after the Saints instead. Wrong choice on my part. But they let me live. And surprisingly, so did Kilbane. The only option then was to leave the country and hide. Bevor wir zum Finale gehen... Okay. So, Erstali, ich habe die Göttlich. Oktoberfest Gun. Ist schon wieder Oktoberfeststunde. Jetzt ist Finale. Wie die alle aussehen. Ist das noch nicht in ihren Superformen? Oh jawoll. Nice. Überlebe den Angriff. Kein Problem mit unserer Oktoberfest Gun. Ach eigentlich brauchen wir nur eins. Ich habe jetzt diese explosiven Wupps nämlich. Die bei uns gekauft haben. Und damit rasten wir jetzt hier nämlich ein bisschen aus. Ich befürchte nämlich mittlerweile auch, dass das nicht die letzte Mission ist. Weil es steht ja auch immer noch da, dass ich erst 23 von angeblich 45 oder so habe. Es ist halt so, man darf der Community einfach nicht vertrauen. Jeder sagt was anderes. Jetzt greifen wir mal dazu noch. Jawoll, wir rasten ein bisschen aus. Ist auch scheißegal, wie lange das noch geht. Wir sind dabei. Ich bin gleich tot. Wow. Wow. Und vor allem haben sie unsere Kräfte genommen. Ich bin echt... Ich muss immer ein bisschen aufpassen hier. Ein bisschen aufpassen hier. Okay. Wow. Das könnte auch die Prozentzahl erklären. Dass hier noch lange nicht Schluss ist. Wie wäre es noch mit Leben? Hier liegt so viel Leben. So. Wohin? Zum Dach? Alles klar. Ja. Dann überleben wir halt. Das ist doch kein Problem. Okay. Wir müssen wohl ganz nach oben. Ich will auch gar nicht wissen, wie lange das noch geht. Ich... Oh. Will mich ja selber überraschen lassen. Von dem her passt das. Everybody in! Oh, ein Hubschrauber. Okay. Okay. Hoffentlich kann ich den steuern. Und los! Das sollte schon dann deutlich einfacher funktionieren hier mit den Raketen. Na ja, töten wir erstmal die, die wir töten müssen. Weißt du? Let's cover them. In! Die ganze Zeit! ist er hier? Haha, ich recorde es, Mr. President. Das muss reichen. Okay, hier glaube ich sind ein paar Gegner. Ja, die scheiß Murderbots. Das war unsere Collegen hier mal in Ruhe. Oh, shit. Komm! Ich weiß nicht, ob wir die unbedingt ausschalten müssen, aber... Ei, 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 ei. Seht ihr, das wird ein bisschen länger dauern. Hochsteigen! Zerstöre die Straßensperre. Kein Problem! Vorausgesetzt, wir kommen noch runter. Komm, 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 zieh an, zieh an! Muss man, glaube ich, gedrückt halten. Das geht viel krasser. Ups! Nein, nein, nein! Nicht kaputt gehen! Das wäre nicht so günstig. Wäre sogar richtig beschissen. Komm, fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter! Awesome! Da muss man sich ja freuen. Und noch eine Straßensperre. Läuft, aber diesmal knallt mal der Dinger richtig runter. Jawoll! Da kenne ich nix. Keine Kompromisse diesmal. Was jetzt? Was? Nein! Scheiße! Au! Au! Fuck that shit! Oh shit! Genki! Was ist denn jetzt los? Ja klar, ich kann doch nicht durchsehen. Ich habe ja noch Loyalitätsmissionen scheinbar offen. Da habe ich mich... Oh oh. Oh nein. Ich sehe genau, worauf es hinausläuft. Oh, ist das ein Killingfloor? Merry Christmas to me. Wir waren doch schon da. Falls du dich erinnern kannst. Kann ich helfen? Kenzie? Oh oh. Oh oh. Kenzie, what oh oh. Boss? The game is on. It started by itself. I can't shut it down. Ladies and gentlemen. Welcome to... ...very special episode of Professor Genki's... ...Super ethical reality climax. Natürlich. The floor is active and the doors are locked. Nobody gets out. Including us. Until that is, the contestants rack up enough points to fill the merdominer. Shit, I'm down. Let's do this. Okay. Special episode. Machen wir so. Oh, scheiße. Ich habe es zu lange genutzt. Oh, hier treffen ist aber auch eher so semi-geil. Ach du... Au! Ach du Scheiße. Was geht denn hier ab? The Zinn are the fiercest opponent in the universe, Bobby. They should be a tough fight for the Saints. Yes indeed. The Zinn are falling before the might of these contestants. They sure are. Look at how they're mowing down the opposition. Why besetzt nicht einer noch das andere? Get, Johnny, was ist da los? What else could we possibly mean? Nothing at all, Bobby. Nothing at all. Die können da scheinbar auch irgendwie was treffen. Ja, ich versuch... Ach nein, ich darf die Pandas nicht treffen. Ich bin das selber scheinbar. Jetzt glaube ich, habe ich es verstanden. Ich bin das selber scheinbar. Töte Genki! Okay! Oh oh. Ach du Scheiße, die ganzen Murderbots! Oh 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 oh! Komm, dein Genki's down! Down, down, but never out, Zack! So true, Bobby, so true! Is that all? Looks like it. Oh my gosh! What, more of them? 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 Okay, reicht. Do you have any things like this in Steelport? Puh! 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 Okay. You know, I generally don't like getting involved these things, but this is really exciting. Kinsey, focus. What do we do now? Ben's plan was to overload the simulation. We can still do that, but not if the Zinn know our every move. But you can make sure they don't, right? Yes, but I need to get back to the ship so I can find a way to cut them off. Once that's done, it's just a matter of finding the weakest point in the simulation. Get us to a safe spot so we can get back to the real world. All hail to meet! Just like my... Okay, jetzt ist hier richtig Krieg in der Stadt. Boah. Boah. Yo! Der Wagen sieht nicht mehr so gesund aus. Er will ja nichts sagen, aber... Der sieht nicht mehr sehr gesund aus. Kann ich die Waffe auch wechseln? Ja. Oh mein Gott. Oh, das ist unser Auto. Scheiße. Sorry. War irritiert. Wow. Nein! Kenzie... Kenzie... Scheiße. Was? 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 Oh, shit. Okay, wer hätte gedacht, dass wir auf dem Schiff mal, äh... hier zu tun haben werden. Oh man. Oh man. Okay. Fuck. Ja, ich habe auch keinen Bock zu warten. Wir machen das einfach auf unsere Art und Weise. Wir sind ja mittlerweile Gott sei Dank so stark. War die Waffen gut aufgewertet. Oh! Murderbot! Autsch! Na gut, das haben wir leider nicht so aufgerüstet, aber leider habe ich keine andere. Oder wir machen es einfach wieder gezielt mit Kopfschüssen. Ganz einfach. Oh man! Okay, dann los. Go, 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 go! Willst du mal bitte nicht, dass irgendwas mit Schaden hier ist? Oh, fuck! Shit, are we driving into the sun? We gotta check the monitors. No need. I have already analyzed our situation. Shit, I forgot Mr. DayXX Machina was even on the ship. A ZIN Transport has attached itself and is dragging us toward what I assume is certain doom. So, what can we do about it? If I were you, I would deal with the strange heat signature by the cargo bay first. Cargo bay? Fuck. Let's go! Oh man ey, sein hin und her. Wie bist du Stress? Yes! Oh! Nein! Nein! Ja! Ich sag doch, ich komme jetzt einmal mit den Pistols wieder zurück. Oh, Sean, die war in Gefahr. Nix gut. Hier, ein Hedger und der fliegt erstmal sonst wohin. Hm. Okay, überprüfen wir die Geräte. Sie wollen das Ding sprengen, oder? Na klar. Cool, da waren wir noch nie drin. So sieht's aus. Aber es soll daran nicht Finale sein, das ist ja wohl, äh, mein ja nur. Schon ziemlich Finale-Atmosphäre. Oh, aber welcome back, huh, Johnny? Nice! Oh, nice! Wobei ich ja lieber der gezielter Schütze bin, als so der Massenschütze. Aber kein Problem für uns. Vor allem, weil die hier so schnell abkühlen. Äh, eben, heiß laufen, meine ich. Oh, Murderbot. Schönes Maschinengebär. Tja, die haben keine Chance. Ich finde etwas wichtiges. Ich finde etwas wichtiges. So, die Ansage ist ja relativ klar. Hä? What? Okay. Bombe zwei oben. Schnauze, Murderbot. Ja! Die Kills werden gecounted, wie du gerade siehst, auf der rechten Seite. Keine Sorgen, Mr. President. Die Dinger werden wirklich gecounted. Und da ist noch Murderbot. Das ist der 49. Soweit habe ich aufgepasst. Alter, stirbst du auch mal. Oh! Ähm, ja. Dann, äh, aber mal schnell. Okay, wir haben ein paar Sekunden Zeit. Boah. Shit, wo lang? Oh! Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Komm, 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 das schaffen wir. Huh! Nein! Bam, headbutt! Und Sparta läuft! Huh! Okay. Also, jetzt müssen wir... Fuck! Am I six, fucked up? I knew it! Aja hat it out for me since jump! She talks shit in Pakistan! She sucker punched me here! You never had me fooled. To think I actually apologized. He's probably been working this angle for a while. Hell, he might have even been one who tipped up Vinyak about Johnny. I doubt it. Was? Keith hat uns verraten? Holy shit, wir haben max level. Sehe ich das gerade richtig? Okay. Okay, hintergangen. Wir wurden verraten von Keith. Oh mein Gott. Ja, bitte. Sprich mit Mermela. Okay, es ist also noch lange nicht vorbei. So viel dazu. Das könnte erklären, wie ich da noch ein bisschen mehr an Geld rankomme. Und das könnte auch erklären, warum hier steht. Abgeschlossene Aufträge. 29 von 45. 45. Und eine Loyalitätsmission ist noch offen. Finde ich ja geil. Dann habe ich ja doch ein bisschen was noch zu spielen. Das ist mir lieber, als das jetzt das Finale war. Finde ich geil.